Ja, wir hier in Südtirol haben Glück, in einem wunderschönen Land zu leben, mit einer ganz großen Vielfalt an Pflanzen. Wir lernen bei diesem Workshop Pflanzen kennen, die sie vielleicht auch zu Hause haben, die sie aber noch nie so betrachtet haben, mit ihrem Inhaltsstoff, mit ihren Wirkungsweisen auf unseren Körper. Aber wir stellen auch Produkte mit ihnen her. Es gibt im Laufe der Jahreszeiten vielfältige Kräuter, Beeren, Wurzeln, die man nutzen kann. Unter anderem stellen wir auch Produkte für die Hausapotheke her oder auch für die Hautpflege. Ein Beispiel, wir werden im Laufe der Jahreszeit verschiedene Produkte herstellen, weil es natürlich nicht zu jeder Zeit jede Pflanze gibt. Wir werden uns im Frühling mit den Frühlingspflanzen beschäftigen und dann je nach Jahreszeit wechseln. Ein Thema ist zum Beispiel im Frühjahr ist der Löwenzahn, wo wir einen tollen Löwenzahnlikör herstellen können, der einmal gut für die Verdauung ist, wunderbar schmeckt und eben auch ein Hingucker ist. Dieser Workshop soll Sie ein bisschen neugierig machen auf die Pflanzen, die Sie nutzen können und wie Sie sie nutzen können und welche Vorteile es bringt, Kräuterpflanzen besser kennenzulernen.